Die können auch nicht stark bei der TV School. Merci. Geh geschieht. Moin, ich bin Claire. Schon mal BTA, sondern Konter gepackt. Und ich gebe mir schon vier Stellen. Drück mir Daumen. Hallo. Mein Name ist Marvin Teyvers. Ich bin zuständig für Finanzen, Personal und Administratives am Betrieb. Und ich werde ein Interview mal durchfeiern. Und ich gebe später nicht, ob Englisch viel zu stellen, wann es hilft. Et Kasin, der der Patron den Spracherkenntnis testen will, und sich an einer anderen Sprache ausschwärzt. Bleib ruhig. Und entweder jemand derselbe ist der Sprache. Hello, my name is Claire. I'm 22 years old. Nice to meet you. Nice to meet you too. Für was interessiert er dich für bei uns einen Betrieb zu schaffen? Weil ich mich gut mit dem Garage hier identifizieren kann. Und weil ich wohl noch viel Neues erleben will. Wie würde ich dann am Vierfeld informieren über diesen Betrieb? Das ist ein Frau, die ein Viersteigungsgespräch an DAX4 kennt. Du sollst dich am Vierhaus über die Firma informieren, dass du auch dementsprechend einfrieren kannst. Ich kenne eine Kollegin, die ich schaffe. Und ich habe mir über die Struktur ein bisschen erklärt. und eben auch wenige Modelle daheim verkauft. Ja, bis ich mich spezifisch. Könnt ihr mir erklären, für was ihr in einem Inventär müsst? Ja, das wird immer noch ein Jahr gemacht. Und er hat sich befehlt, welcher vom Stock zu rechnen. Wollt ihr noch irgendetwas freuen? Ja, ich wollte freuen, wie mein Lohn habe ich wäre. Die fängt mit einem qualifizierten Mindestlohn an, den sie dann besägt und ihr Licht umsteuert. Okay, merci. Die wird von uns hören. Merci. Wichtig bei einem Vierstellungsgespräch ist, zu wissen, dass Nervosität nicht schlecht ist. Und in den drei Grundsachen von Vierberedung, Natürlichkeit und Eierlichkeit und Östwelt, kann nicht schief gehen. zum nächsten Mal.